Hallo Leute, willkommen bei PlaySanhaPlay und zwar heute sind wir in der Premier Division in Spanien. Heute spielt das Derby von Español Barcelona gegen den großen FC Barcelona. Ich habe mal das Spiel schon vorgezockt, habe euch die Highlights zusammengepackt, wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Da macht der Abwehrspieler sein Tor. Und das kommt bei ihm nicht wirklich oft vor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera. Marco Asensio. Er zieht ab, der geht daneben. Er findet den Mitspieler. Neymar. Jetzt haben sie es. Tor für Barca. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versetzt. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Suarez. Und da haben wir es. Das Tor. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Und nun ein Schuss. Das war knapp. Ganz im Gegenteil zum Spielstand. Ja, und damit hätten sie die Chance gehabt, zumindest ein wenig ranzukommen. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Geht er rein. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Neymar. Und er schießt. Suarez. Der Ball ist im Tor. Da kann ihn keiner mehr stoppen. Und den Treffer schauen wir uns gleich nochmal an. Und da macht er sein zweites Tor. Also hier sieht man nochmal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Fehler vom Torhüter. Da kommt der Schuss. Nicht einfach bei diesem Spielstand, aber sie machen weiter mit und versuchen, noch zu einem Torerfolg zu kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Würde mich darüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Topspiel in engen europäischen Top-Liga. Und dann würde ich wissen, bis zum nächsten Topspiel in engen Europa glauben. Bis zum nächsten T Overdün